ja leute und servus zusammen willkommen zurück dieses mal kein komplettierungspart diesmal werden wir progress machen hoffentlich und ihr seht mit dem komplettieren bin ich so weit gekommen dass wir bei welt 4 die ersten drei level gemacht haben das heißt beim nächsten mal oder übernächst mal ich guck mal wie das passt bei mir zeitlich wenn wir welt 4 auf jeden fall komplettieren und jetzt aber werden wir welt 5 anschauen schon mega gespannt ich hoffe so sehr dass keine affen mehr kommen okay hier sind winger als irgendwelche möwen ja dann bin ich mal gespannt und let's go blizzard okay das klingt auch nicht so gut ist aber auch das geht mit ihr habe ich die blumen jetzt genommen nein wieso ist die blume weg wieso war sie denn vorhin weg das einer verstanden die von rechts muss ich dahin so gefährlich wahrscheinlich kann man hier runter fliegen wir sind bestimmt stärken schlüssel ist das ein herz oder was oder ist es eher ich habe jetzt herz gesehen ich habe eine fledermaus gesehen und er was ich jetzt am ehesten noch hier ist diese gurgel oder was seht ihr denn schreibt es mal gerne in die kommentare und bloß dein maul nicht auf und du genauso könntet aber ruhig ein bisschen was geben nein nein fies ist das denn wer schmeißt denn hier mit steinen die mit einer waldsattacke bist du das ne du schmeißt was anderes nein ich kann da wirklich hoch hier mit dem schlüssel kommt einfach pinguine hinterher ne 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 ich mache ich das ja aber trotzdem so ein bisschen shit fies ne 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 Ja, kann ich nichts mehr machen. Dammit. Schade, schade, schade. Oh, sag mal, da sind wirklich Wolken, ne? Oh, ne Röhre entdeckt. Oh, da ist... ...ne rote Münze. Oh, mit dem Helikopter. Nice. Ich hole mir kurz die eine und die andere, schon mal. Da sind noch ein paar, hab ich gesehen. Ja, da ist noch eine. Da ist eine, hier ist eine. Uiuiuiui. Hier ist aber nix an roten Münzen, ne? Komm, noch schnell. Ist da was Rotes? Ne. Okay. Gut, dann haben wir alle gut. Und man fliegt sofort runter, ne? Ich weiß nicht, ob man das noch retten kann. Geil, was ist denn mit dem los? Scheint es, als wäre hier was, ne? Na gut, gehen wir mal weiter. Jetzt kann ich, da gab es doch rechts noch einen Weg, ne? Ach man, es ist sehr glatteis. Ich denke schon, dass du steuert sich, Yoshi, so komisch. Geil, wie die, äh, Shy Guys heißen die doch, oder? Da im Eis eingefroren sind. Ach, das sind die Schuhe von Yoshi. Dieses Geräusch. Alles klar. Okay, da geht's auch weiter irgendwie. Guck mal, geht's da irgendwo hin? Nein! Ich glaube, ich gehe erstmal in die Röhre. Ach so. Okay, dann ist das wahrscheinlich nur, damit Enemies rauskommen. Wo? Junge. Spassel. Oh. The middle ring. Zack, zack, zack. Hiha. Und ne rode Münze. Damn Eis, ne? War schon wieder so ein komischer, nervtötender Typ. Hä? Nein. Das war kaputt, Manners. Das ist aber, Fies. immer da oben ist doch nicht umsonst er hat es gesehen als es passiert nein nein den kann man nicht war gut daneben so ich bin auch immer im ersten level das gibt es ja nicht versteckt mal weg du Woah! Ha! He's a segel! Woah! Nein! 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 Wie komm ich da hoch? Da brauch ich doch jemanden zum draufhüpfen, oder? Ja, shit! Ohne dem seine Wolke? Verdammt! Kann ich draufhüpfen? Shit! Na gut, dann machen wir das eben in den 100% Woah, woah, woah! Nein, 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 lass mich los! Oh, verdammt! Ey, es sah doch so gut aus, das Level! Oh! Weg! Okay Na gut Aber Vieles Habe ich geholt Nicht alles Wahrscheinlich in der Röhre, aber Muss mal echt überlegen, wie ich da reinkomme Babaraboo Nee, sorry 5,2 Oh, ich hoffe nicht, dass so viele von diesen Fliegenden Wolkenfuzzis da sind Weil wir sind ja schon ein bisschen über den Wolken Oben auf dem Gebirge So wie es aussieht Rather Das Ding ist, die kann man gar nicht essen, gell? Kann ich auf denen? Nein. Ah ja, ich wollte doch nur was aus... Ah, so geht das. Was, es bringt nix? Na gut, es ist ein kurz-typed... ...was auch wieder was bringt. Soldais? Kann das nicht sein. Ich glaube, ich brauche jemanden für den Pinguin, oder? Hä, das checke ich jetzt nicht. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ich komme hier doch hoch. Nein! Den hätte ich mitnehmen müssen. Alter, das gibt's ja nicht. Das ist wie dieser eine Stein in dem einen Level, den man von Anfang an mitnehmen musste. Oh, der wird immer größer, ne? Ach, herrlich! Es geht doch! Es geht! Okay. Okay. Lieber kurz mal nach unten gucken, bevor man nach unten springt. Oh. Oh. Oh! Oh. 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 hätte ein bisschen auf die zeit er darf das geräusch hören sollen war gerade nicht voll vertieft na gut wenigstens nicht so weit aber ich war auch noch nicht weit im level nein fort mit euch das sieht doch aus als würde hier was sein da müsste doch irgendwas rauskommen einmal meine abgrund dann braucht das echt schon dritter mittelring kann man ja nicht mal gechillt mit dem skifahren dass da so leute entgegen kommen müssen apropos skilift ich bin das erste mal mit dem skilift gefahren war vor ein oder zwei monaten aber so ein geschlossener und also es war kein skilift aber halt so ein lift der dich den berg ein bisschen hoch bringen ja dann sind wir gefahren und dann fängt das ding an zu stoppen und es schwankt ja ziemlich jetzt habe ich verpasst schwankt es dann bleibt stehen dann ist es wieder und es war gar nicht wirklich windig und so mitten irgendwo auf irgendwo bleibt wieder stehen und schwankt und schwankt ne und dir wird schon so ein bisschen keine durchsage gar nichts und wir sind genau unter einem leeren boden gewesen sagen wir kommt hier nichts mehr genau über dem leeren boden gewesen also könnte es nicht sagen ja da ist ein baum oder so dass man sich dann im notfall irgendwie halten könnte nee und das geil ist das einzige was man in der kabine findet ist ein hinweis es ist nicht mal eine notruf nummer oder irgend so was ist einfach nur ein hinweis wenn die kabine stehen bleiben sollte wenn die kabine stehen bleiben sollte dann einfach warten und den anweisungen der durchsage folgen wir waren 20 minuten stehst im stillstand keine durchsage kein fortkommen gar nichts und das geile ist unten laufen dann schon die anderen wanderer die nicht das ding genommen haben und nicht so weit hoch wollten und haben auch schon so verdutzt geguckt und so ich denke mir ja toll was ist jetzt naja und dann nach 20 minuten ist halt wieder angegangen ja und das geile ist ich habe mich dann im nachhinein beschwert und dann hieß es so das ist ganz normal ist passiert es passiert jedes zweite mal dass ihr mal könnt ihr wenigstens durchsage machen oder so nehmann nicht mal ein entschädigung gar nichts bekommen ist normal wahrscheinlich wegen dem wetter was für ein wetter es war still naja das zu meiner story und es war das erste mal und ich habe gedacht zurück mache ich das nicht aber ich habe es trotzdem gemacht und dann da war es normal okay weiter geht's mit den pingwinnen danger icy conditions was gibt es hier alles klar alles klar was 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 funktioniert ist es wo es ist es so es ist es ist es gibt es im schon ein bisschen weiter ja so habe ich es gerne Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Du Nudel! Habt ihr das gesehen? Rache ist Blutwurst! Was eigentlich im Film war das? Wisst ihr das? Oh nein. Diesmal bin ich nicht drauf reingefallen. Also, danke! Nein! Ich glaube nämlich, dass ich ein Ei brauchen könnte. Was? Wieso habe ich keine Eier mehr? Oh, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Das war doch nicht schlecht! Aber vielleicht habe ich so viel Erfahrung gemacht, dass ich damit mittlerweile umgehen kann. Sag mal... Sag mal... Ah! Boah, das ist aber fies, dass... Ah, okay. Ne, ich habe nichts gesagt. Eh, ich habe nichts gesagt. Oh, geil! Was? Wie ist ihr gleich schon zu Ende? Nein! Verdammt! Ich hätte weitermachen können. Uh! Alter! Ich gehe mal da rein. Nein! 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 Nein Laufen wir einfach durch, gell? Das ist alles für den 100%. Was? Jetzt, lass mir doch durch, ja. Mmh, lecker Menü. Badabada-Boo. Ah, da sind wir ja wieder hier. Ich hab gar nicht wirklich was verpasst. Dü, dü, dü. So. Oh Gott, war das genau. Fuck. Immer das gleiche, ne? Das verdammte Pinguine. Oh nee, und schon wieder hier. Oh, ist das fies, ne? Oh nee. Nein. 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 ich komme da durch oder ist mir ein bisschen gerade zu risky das hat ein bisschen gedauert aber lieber so als wenn ich daran verreckt werde okay das geht Oh man, gib mir endlich einen Middle Ring wieder. Ja, danke. Oh. Wahrscheinlich noch was. Das ist aber ein sehr langes Level, oder? Naja, okay, ich bin sehr lang. Ach, wie geil. Oh oh, zu früh gesprungen. Ach, da sind noch überall rote Minzen. Okay. Das war klar, oder? Ist er da nicht verbackt? Jetzt aber. Ba-da-ba. Ba-da-ba. Muss ich den Sprung-Knapp gedrückt halten? Wieso? Er hat jetzt gar nichts gemacht, ne? Nein! Okay, jetzt habe ich immer Y mit B gleichzeitig gedrückt. Außer beim letzten Mal. Ui. Nein! Ey, ist wie so ein Extra-Level, ne? Nein, das ist wie so ein Extra-Level, ne? was ist mit 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 mittelring hey komm ende ende neun dammit nein oh ey grad noch oh nein r lösung in die lampe geschlagen ne ich bin fertig wie viel habe ich gemacht oha das war gar nicht schlecht ok leute puh na gut das machen wir jetzt noch komm wenigstens als belohnung ja komm 26 bastion nein 6 hat verloren das war so knapp fast hätten wir verdoppelt die 26 oi 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 ok leute ich will mal kurz gucken wie viel habe ich hier über das gold ok na gut es sind jetzt nur drei level geworden aber das letzte war halt echte boah man das wird ein echten eisiges äh geiges level welt und ich glaube das ist vom schwierigkeitsgrad halt auch nochmal also vor allem das letzte level das ähm ja ok das war eigentlich nur das skifahren da war ich etwas lost aber das war auch keine steuerung dabei gestanden egal ich will nicht meckern leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like da würde mich super unterstützen wenn ihr bock mehr auf pokémon content habt schaut gerne auf meinem zweitkanal naselock alex ist alles auch verlinkt hier und wir sehen uns beim nächsten mal ich hoffe ihr hattet spaß und haut rein leute bis dann